Guten Tag, mein Name ist Taibu. Du wolltest mir schon wieder reinreden, aber wie ich... Was? Nein? Doch, aber ich hab, ich hab muss jetzt... Schnell. Nein, wie macht man das Menü auf? Ich hab... Ich ersticke! Ach so, das ist ja gut. Nein, 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 nein. Ich hab sogar einmal kurz Schaden bekommen. Mit Ansage, also... Was, der Schaden? Hat dir Bescheid gesagt? Ja, gestern. Gestern schon. Wow. Ich hab so einen Schaden, der sagt mir vorher Bescheid. Das, äh... Ja, kann man mal machen, ne? Ich find das super. Okay, dann kommt hier... Warte mal, dann nehmen wir aber hier... Für den Output... Also ich bin gerade dann, wie fast schon, am Extrahieren. Äh, am Konfigurieren. Ja. Hier, blau. Warte mal, ich hab doch hier... Die Conduit Pro. Kann ich, glaub ich, auf so'n... Copy-Paste-Modus setzen. Copy-Paste-Modus... Copy-Paste-Modus... Ja, es geht. Wie cool. Gut, dann kommt hier... Insert ist blau. Ja. Extract ist... Was kommt? Nachblau? Nachblau kommt in lila. Merk es dir. Muss ich jetzt Farben zählen lernen? Ja. Wie auf der Waldorf-Schule. Also, insert ina. Extract ist ein Cyvan. Merk es dir. Wird alles abgefragt. Ich hoffe nicht. Doch. Hoppala. So. 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 Also mit dem Copy-Paste-Ding ist das echt easy. Das hätte ich gerne real life. Das Ding muss noch weg. Da muss dann ein Filter rein. Und hier wird... ...Dyran reingesteckt. Okay. Dann kommt... ...hier noch ein... ...feilsches Kabel hin. Am besten ersetzen wir das durchaus Richtige. Das kann... ...weg. Das muss ein Insert sein. Ja. Cool. Ja. Also bei mir ist es nicht so spannend. Ich mache keine Fehler. Ja. Klar. Außer ersticken. Und das auch noch nicht zu überleben. Das ja... ...ab und zu... ...ja. Überleben ist ein größter Fehler. Oh mein Gott. Ähm... ...ich möchte... Ja. Ist da noch kein Wasser drin? Die da will ich erstmal hinmachen. Ah. Die Dinger sind noch dran. Die müssen natürlich weg. Meine Upgrades will ich machen. Sonst funktioniert das alles natürlich nicht. Und dann hoffe ich, dass der Plänter die Melonen auch abherndet. Aber sollte er eigentlich. Warum sollte er das auch nicht tun? Okay, dann kann... ...das Ding weg. ...das ersetzen hier durch... ...das... ...äh... ...das hier... ...dann... ...ja... ...kommt man das hier wegmachen. Läuft das einfach hier oben einmal lang und kommt dann wieder runter. Und... ...ja... ...ja... ...hey, die Maschinen, also die Crafter, stehen jetzt auf solidem Boden. Wow. Nice. Ja, ich finde es schön, dass es nicht wundert, dass sie das vorher nicht hatten. Wie du siehst, ist das hier alles schön bunt. Der hängt hier in der Luft. Äh... ...ja. Ist doch cool, ne? Das ist... ...nein, also solange du eine Ahnung hast, was du hier baust. Naja, das Geile ist, man kann das System hier unendlich weit erweitern, indem man hier einfach nur die gleichen Farben immer dran macht. Die gleichen Farben und es braucht Energie. Was war's? Okay. Ist das geil oder geil? Das ist super geil. Okay, der wird sich langsam ein bisschen ausgeleiert. Ja. Ja. So nach drei Tagen. Ja. Gut, dann brauche ich noch... Brauche ich eigentlich... Den Filter, wo habe ich die hingepackt? Ist egal, jetzt. Jetzt bin ich einmal hier. Nein, das ist nicht ja egal. Doch, jetzt bin ich einmal hier. Das ist elementar. Nein, 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 nein. Der kommt hier rein. So. Zack. Ich glaube, ich hätte doch einen Advancer gebraucht. Weil ein normaler Filter ist nicht groß genug. Und ich glaube, man kann den Filter nicht in einen Filter reinpacken, wie das bei Dingens möglich ist. Bei Utilities. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber ich hoffe, dass du davon Ahnung hast. Also ich mache erstmal so ein bisschen Äste in so einem Bottich. Also wir hätten den Advanced Filter nehmen sollen. Ja. Ja. Warum hast du den nicht genommen? Ähm. Ja, weil ich dachte, die Dinger wären größer. Siehste? Da haben wir ja das Problem. Ja. Nee. Haut das nicht hin. Das ist jetzt schade. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das bekommen wir eigentlich alles raus, was kein Eisengedöns ist. Wir bekommen... Äh... Emeralds, Immens, Bole, Lind, Lapis. Was vergessen? Bestimmt. Gut. Ich mache erstmal ein bisschen Upgrades. Mach das. Ich gucke nochmal nach. Ja, machen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha. Cool, mit einer Blacklist haut das perfekt hin. Habe ich nochmal Glück gehabt. Aber wir können da nur noch Gravel sieben. Also zumindest mit diesem Apparat. Sonst geht alles in die Hunde. Äh, vor die Hunde. Nicht in die Hunde. Das wird bestimmt eng. Äh, wieso können wir nur noch Gravel sieben? Achso, mit dem einen Ding da. Weil ich dann für den Rest... Jaja, für den Rest muss ich dann mal was extra machen. Gut. Blacklist. Das, das, das. Ja, das alles sehr spannend. Ich hole hier Erde aus dem Bottich. Was soll ich denn sagen? Ähm. Ich weiß auch noch nicht, ob... Also bei mir ist es wirklich spannend. Ja. Wenn ich gleich erstmal die Upgrades drin habe, dann, äh, pflanzt der hier auch? Wow. Wow. Ja. Ich finde, ich finde das schon, ähm, toll. Da. Bevor ich das hier ganz, äh, gecopy-paste habe, gepastet habe, wie auch immer. Schön. Hätte ich auch mal hier die Einstellungen wirklich richtig machen können. Hast du jetzt, äh, Fehler kopiert? Ja, ihn, also ich hätte mir Arbeit sparen können. Weil die Dinger sollen ja immer Extracken. Ja. Und das hatte ich dann noch nicht mit eingestellt. So. Die Dinger Extracken. Das wird alles rausgesaugt. Ja, ich muss hier irgendwie da unten hin. Ach komm. Ich habe mich dazu gemacht. Dann machen wir da jetzt alles mit Erde. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Erde. Sieht das schöner aus. Na, dann mache ich das. Okay. Läuft. 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 Das läuft noch nicht. Weil ich das hier auch vergessen habe. Da kommt das hin. Hier kommt das hin. Und hier ist es egal. Aber hier ist es auch schon an. Joa. 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 Der Mann sagt ja. Gut, äh, das hier sind Produktionsfehler. Das ist während des Baus passiert. Ändern wir nochmal schnell. Flutleid, so hießen die. Warum drücke ich immer Escape? Ich weiß es nicht. Wofür drückst du Escape ist die Frage. Ich will ins Menü. Ah, schwierig. Ja. Carbit, Flutleid. Ich schließe mal wieder das manuelle Ding an. Moment. Wir hatten das Flutleid oder das Flutleid? Das Flutleid. Okay. Ja, keine Ahnung. Genau, da war das ja nur, ach, das war ja nix. Da haben wir nicht genug. Doch, haben wir. Ach so, warte mal. Ne, ähm, man kann jetzt die Sands und Rebels und was weiß ich, was es alles gibt, nicht mehr manuell ins System einpacken. Ja, aber wenn das System läuft, sollte das jetzt eigentlich auch nicht mehr notwendig sein. Warum ist das eigentlich egal? So. Reve ist ordentlich am Laufen. Joa, läuft. Läuft sogar recht gut, wie ich sagen würde. Das hört man doch gerne. Ja, ich gucke nochmal, wie das jetzt mit der Energie aussieht. Ah, Energie kann ich nicht am Itemkabel messen. Ich habe eine Torch und ich will Gloucester und Luster eine mithaben. Och, ich bin ein Held. Na, egal. Ah, okay. Und jetzt Storage. Joa. Joa. Allgemeine Maschinenbuffer nimmt ab. Schade. Äh, ja, oder der Pfarr abnimmt, würde ich mal sagen. Unsere Maschinen, äh, unser Generator reicht nicht aus. Das ist doof. Das ist, ähm, ja, aber der Generator, so was, der Generator, irgendwie habe ich gerade einen Vorschlag. Ja, dann lass mich. Äh, warum kann ich das Blutleid nicht machen? Bin ich jetzt? Keine Ahnung. Bin ich jetzt? Das ist, das steht nur Shape Crafting. Gloucester und Dust, der 348er und 50er Torch. Ganz normal. Shape Crafting. Und, das habe ich hier drin. Die, was ist das für eine Torch? Hä? Du hast die falschen Torches. Hä? Ich habe die in einem Stück gemacht, die Torches. Ja. Warum hat er denn jetzt hier 176er Torches und da 50er Torches? Was soll der Scheiß denn? Die habe ich von einem Stapel Kohle gemacht. Ja, das geht nicht immer. Weil halt Galacticraft die eigenen hat. Manchmal haut es hin, manchmal nicht. Ach, ist das herrlich. Aber ich würde mal sagen, dann machen wir einfach in der nächsten Folge ein paar Upgrades für den Generator und vielleicht sogar noch für die Hämmerer und Siebe. Was hält sie daran? Ich würde sagen, mir geht dann ein Licht auf. Bis dann. Das finde ich super. Tschüss. Das finde ich super.